Das ist eigentlich ein schöner Tag oder? Sonnenschein. Zum Moped fahren ist das schön. Hey Bruce, I wasn't expecting you. I thought I'd make it outside the city limits at least. But somehow I'll try some tight. The noble options are so much more exciting. Why should I give it back? Weil du lieb bist. Es ist ein Teil von dir. That device is far too dangerous to be out of the world. If Lady Arkham got a hold of it. That blood would be on your hands. Wow, that's pretty dramatic, Bruce. Aber wahr. Catch. You might be exaggerating, but I'd rather not take the chance. Oh come on. Come see, don't pretend you're not impressed. As long cons go, this one was a beauty. Getting into Wayne Tech's lab took a lot more than cracking a safe. I had to get close to people. Your friend Harvey. Poor guy just wanted to fall in love so bad. After that, it didn't take very long to get my introduction to his BFF. The great Bruce Wayne. Imagine my surprise when the rich playboy turned out to be Batman. Scourge of Gotham. I was always going to steal from Bruce Wayne. I just never expected he'd be so interesting. Okay. So it was all just an act. Everything we've done together. A lie. That's how it started. And now it's over. Okay. I'm getting out of here while the Ginn's good. Gotham's a house on fire. And I'm not going to burn with it. If you were smart, you'd get out of here too. This town hates you. Hates your entire family. Just leave it all behind. Do something more meaningful with those skills of yours. You don't need the money, but... But think of the fun. I can't just turn my back and walk away when things get tough. I guess I'm not like you, Selena. No. You really aren't. It'll be good to put some distance between us. After all, look at what happened to Harvey. It'd only be a matter of time before I crossed one of your lines. Isn't that right? My copy of the Boy Scout Handbook is out of date. I'm bound to break some rule. Selena, I would never hurt you. Bruce, I... That's really sweet. But it brings us to the root of our problem, doesn't it? You're upset that I'm leaving. What do you think? That one night of sex meant we were going steady? Is that what you really thought? What? I had fun, Selena. Didn't you? I'm all for fun, Bruce. But how long does this stay fun before you start wanting more? Look, Bruce. I'll admit that what you and I had... It wasn't terrible. But you were just another job. A more intriguing job than I was expecting. But still a job. And that job is done. I'm done with you. It's not complicated. It's not complicated. I'm not a good person. I'm certainly no hero and I don't want to be. I'm a thief. That's all I am. I told you that from the start. I never pretended to be anything else. Stop. It's not true. I know there's more to you than that. You're just afraid to admit it. You'd like it if that were true, wouldn't you? Why would you even think that? I've made my feelings pretty clear. Why aren't you listening? Oh, then I love you. Oh. Because I love you, Selina. You... You barely know me. Bruce. If that's your idea of love... I feel sorry for you. Well... There's one good thing to come out of this. Now I know I was right. You really are just like everyone else. Can't wait to get out of this place. I'll see you around. The two will see each other again. Very sure. There's a call on, right? Lucius, I've got the key. Hold on, Alfred's on the line. Hey, Alfred, I... Bruce! Lady Arkham! She's here! I tried to keep them out, but... Alfred? Alfred! Alfred! Hey, Alfred! Alfred, never done anything. Uh-oh. Lucious, it's Bruce. He's not here. Damn it. I'm going to search for clues. Danke, Lucius. Okay, wollen wir mal schauen. Zuerst einmal der Blutspritzer auf dem Billardtisch. Der ist mir gerade eben schon, als er sich umgesehen hat, aufgefallen. Untersuchen. Ein schneller Schlag. Ein Billardkühl. Kann man den denn schon damit verbinden? Mit dem Blutspritzer. Alfred benutzt den Blutspritzer als Wettbewerb. Er schlug ihn über seine Hände. Wenn das nicht stoppte, hat er das schlugende Ende, um zu schlafen, um Blut über die Blutspritzer auf dem Blutspritzer. Das wird sein. Okay, die sieht schon mal gut aus, die Verbindung. Was haben wir denn da noch? Eine zerborstete Vase? Ja, ein Riss in der Wand. Ja, ich hoffe doch nicht, dass es Alfred war. Blut am Kamin. Was haben sie mit dir gemacht, Alfred? Okay. Asche überall. Oh, Asche. Ein Möbelstück. Oh, mehrere. Die da herumliegen. Die Wettbewerb wurde von einem einzigen Punkt entfernt. Okay. Weiter kann ich das aber nicht verbinden. Hier ist eine abgebrannte Stelle. Das kann man doch bestimmt mit dem Kamin in Verbindung bringen, oder? Okay, dann war's doch schon mal nicht. Verbindung aufheben. Was haben wir denn dann noch? Dann haben wir doch eigentlich nichts mehr hier, oder? Ne, die Verbindung ist ja richtig. Kann man den denn dann mit dem Kamin verbinden? Ich wüsste zwar nicht warum, aber... Okay, dachte ich mir. Aber sonst kann man ja auch hier nichts mehr anklicken. Die Vase ist nicht mehr anklickbar. Ist hier noch irgendwas? Nö. Sonst kann man nichts mehr anklicken. Doch. Haha. Kaputtes Schloss. Ja, ist ja nur ne Tür. Nur ne olle Haustür. Ein Türhaken. Wie kommt denn der da oben hin? Wie kommt denn der da oben hin? Ich vermute aber eher, dass der hier mit in Verbindung gebracht werden soll. Okay. Ich hätte es jetzt aber gedacht. Ein Kamin mit dem Schürhaken. Da kommt man gar nicht hin. Da ist der Schürhaken. Aufheben. Verbinden mit der abgebrannten Stelle. Abgeschrammte Stelle. Das sieht doch gar nicht so aus. Wenn ich es mir jetzt genau angucke. Alfred grabbe. Alfred grabbe. The fireplace poker defend off an attacker. Aber es war nicht weg. Ich bin jetzt nicht weg. Nein. Na gut. So kann man es natürlich auch in Verbindung bringen. Und wie auch immer das jetzt mit dem Kamin zusammen passen soll. Achso. Nee. Mit dem. Mit dem mit dem. Das ist doch schnell mit der Risse in der Wand. Ah, sind wir jetzt durch, oder? Ah, sind wir, oder? Okay, wie kommt das dahin? Dann hat sie irgendwas damit gemacht. Alfred, der Butler hat es gemacht. Passwort Reckoning. Du hast keine Idee. Ja, wie steht das Ganze jetzt im Zusammenhang? Okay. Okay. Oh ja. Ja. Das muss schnell passieren. Okay. Ich sehe aber... Neue Kodex. Eben gab es auch nicht wirklich was Neues. Sieht jetzt genau so wieder aus. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Gotham Feed irgendwas Neues gibt. Doch, grässliche Morde in einem Haus im Stadtzentrum von Gotham. Die Polizei von Gotham hat gestern vor Nachmittag einen grässlichen Doppelmord im Haus von John und Patricia Vale entdeckt. Die Polizei erhielt einen anonymem Hinweis, woraufhin eine Streife zum Haus im Stadtzentrum von Gotham geschickt wurde und dort die geschundene und verstümmelte Leiche der Vale entdeckte. Die Polizei musste schockiert feststellen, dass der achtjährige Sohn der Vale sich unverseht im Haus versteckt hielt. Polizeiangaben zufolge hat der Junge den Mord an seinen Eltern mit ansehen müssen. Der Junge wurde dem Jugendamt übergeben und erhält psychiatrische Fürsorge. Wo er untergebracht wird und ob er sich je von den Geschehnissen erholen wird, ist ungewiss. Dutzende Tote nach massiver Polizeiaktion befürchtet. Na gut, das lese ich jetzt nicht in der Form. Ich glaube, das gab es nämlich schon. Genau, da war das so der oberste Artikel, der neu war. Naja, nehmen wir uns mal die Maske, damit wir die Spiegelung in Alfreds Brille untersuchen können. Okay, Lucius. Friese-Frame auf dem ersten Signal, das Alfred gibt. Schild uns ein Bild. Hier geht's. Okay. Auf geht's. Suche nach Hinweisen. Achso, das ist jetzt die Spiegelung. Okay. Da kann man von ausgehen. Die Kamera und eine Treppe. Und die Kamera. Hm, sieht so aus. Let's move on to Alfreds next Signal. You got it. Okay. Und jetzt... Hat sich wer bewegt? Ein Wasserboiler. Okay. Rogers Plumbing. A Service company for the water heater. I can use their records to find home addresses for their clients. We're getting close. Das ist ne super Idee. Yeah, but we're not there yet. Da sind Kisten. Doesn't seem to be anything else here. Let's keep looking. Nothing else to see here. Moving on. Oh, da unten ist ein Maurerwappen. Okay. A Mason stamp. Only one Masonic lodge in the city. Gotham city fraternal order of stone masons. So the house was built in 1945 by them. That's a big lead. Oh, yeah. Oh, Lady Arcam. Lady Argon. Keep searching. Jump to Alfreds next signal. You got it. Da ist ein Fenster, ein Kellerfenster. A basement window. What's that outside? Give me something. Thereby a bus stop. Here we go. Okay. I think we have enough to pinpoint a location. Let's hope. Ja, wo führt uns denn das Ganze hin? Bus haltestellen. Benutze das Fadenkreuz um Filter auszunehmen und drücke. Achso. Filter anwenden. You can get the bus line from this. But no stop number. This will help pinpoint the neighborhood. Ahm. Ja. Keiner. Reparatur. Protokolle der Firma. Wir gehen erstmal vom Baujahr aus. Filtering for all homes built on that date. Und. Ja. Reparaturprotokolle. These are all the homes serviced by this water heater company on the days and months listed. Dann haben wir jetzt alles. Überprüfen Sie die verbleibenden Standorte. Wir haben genau drei Standorte. Standortdaten. Untersuchen. A corner store. Seems unlikely. War gut, wenn du das sagst. Bowling alley. Dammit. Let's keep looking. Bowling bar. Und. You are not going to believe this. What is it? Lady Arkham is back at the Vale house. Where she killed her foster parents. According to its records. It has a basement. Well. Just in case she's expecting you. What is that? Something I almost didn't get to finish because of Penguin. It's the most advanced version yet. Lady Arkham will have no idea what I've got up these sleeves. Man muss trotzdem auf alles angefasst sein. Bad Suit Model 2. Well done, Lucius. You've been long overdue for an upgrade. This suit is beyond state of the art. This ends tonight. Auf einen Besuch mit Lady Arkham.